Die Meinung anhören von Felix, es geht auch nicht lange, das Video, und dann von Mepi zu der Labbadia-Entlassung, was sie beide dazu sagen. Weil mich das einfach interessiert, was die beiden dazu sagen. Ob jetzt bei den Stuttgartern hier wirklich Freude, Stimmung entsteht, Aufbruchstimmung, oder ob die auch so negativ denken wie ihr hier. Schade, dass kein Ibo am Weg haben. Wo war der am Wochenende, Ibo? Aber wir können nachher den Nins-Stadion-Vlog noch gucken. Ich sehe uns wieder in der Relegation. Ach, hör doch auf. Hör doch auf, Mensch! Auf die zwei Spiele kann ich echt verzichten. Außer wir stärken sonst direkt ab, dann lieber Relegation. Alter, krass, ne? Habt ihr gesehen? Ich glaube 15.000 bis 20.000 Hamburger in Düsseldorf gewesen und dann spielen die wieder nur 2-2. Da war die ganze Seite voll. Ibo macht schon wieder Urlaub, das gibt's doch gar nicht. 1982, Berliner. Kannst du doch selber holen, die Tickets. Wir sind Block P... Was ist ein 20. Fünfter für ein Spiel? Bochum? P4. Insona rettet uns noch. Was ist eigentlich mit der Juke? Der kommt auch nicht mehr back. Na, der ist wohl wieder... Der ist wohl noch im individuellen Training, aber er steht schon wieder auf dem Platz zumindest. So, jetzt rein hier. Ich kann das nicht mehr sehen, wenn Platte sich den Ball hinlegt. In der letzten Minute muss der Ball scharf in die Menge geballert werden. So gewinnst du dreckig auswärts. Ja, also unsere Standards sind halt wirklich... Nicht das Gelbe vorm Ei. Auch nicht das Weiße vorm Ei. Nicht mal die Schale vorm Ei. Gar nichts mit Ei. Ja, werd unbedingt wieder Mitglied, wenn du ausgetreten bist. Und außerdem müsste es auch klargehen, wenn du rechtzeitig bestellst. So, rein jetzt hier. VfB Stuttgart, Bruno Labbadia entlassen, Sebastian Hoeneß übernimmt erste Reaktion. Ich mach danach nochmal eine Umfrage, ob ihr gerne Sebastian Hoeneß bei uns als Trainer gehabt hättet. Instead of Sandro Wagner. Sandro Schwarz natürlich. Und danach gucken wir auch noch das Video von Mepi. Ich bin mal gespannt, ob er das feiert. Aber wahrscheinlich feiert man erstmal, wenn man jetzt schon wieder 3-0 verloren hat. Ein Trainer hat mit 0,55 Punkten. Dann denkt man erstmal, es kann ja nur besser werden. Let's go. Und ein Moinsen zur ersten Reaktion auf den Trainerwechsel beim VfB Stuttgart. Lange wird es erwartet, nun offiziell Bruno Labbadia wurde... Ganz herzlich, dein Michael P-Punkt. Und Remax, danke für deinen Support. Stufe 1, aber 14 Monate, du geile Sau. Bam! Lassen es nicht mehr Trainer beim VfB. Sportlich nachvollziehbar. Ein Sieg aus elf Bundesligaspielen und eben das Weiterkommen im Pokal in Paderborn. Schnitt von quasi einem halben Punkt pro Spiel. Das ist halt einfach zu wenig. Sportliche Mängel, Aufstellung haben wir alle schon zu Genüge besprochen hier auf dem Kanal auch. Trotz allem, um auf das Statement hier einzugehen, finde ich den Umgang ein bisschen arg kalt. So, es gibt einfach... Schön krass. Stuttgart erinnert mich mies an Hertha irgendwie in den letzten Jahren. Erstes Ding mit Miss Lindt hat. Dann wussten sie nicht so richtig, machen wir jetzt mit Interimstrainer Wimmer weiter oder nicht. Dann dieses Rumgeeire. Dann holen sie Labbadia. Dann vertrauen sie aber auch nicht bis zum Ende auf Labbadia. Jetzt holen sie wieder einen neuen Trainer. Dann sagen sie am Anfang, die haben den Kader zusammengemacht mit Miss Lindt hat. Jetzt ist auf einmal Miss Lindt hat Schuld, wo er weg ist, dass der Kader zu schlecht ist. Hat schon miese Hertha-Vibes, was da abgeht beim VfB, finde ich. Nur ein großes Statement zur Anstellung von Hoeneß, auch nur ein Bild von Hoeneß, auch im Tweet nur ein Bild von Hoeneß. Und nur so im Nebensatz mit dem Event nach dem Motto, ach ja, wir haben Labbadia übrigens entlassen, auch noch gleichzeitig. Finde ich so ein bisschen, vielleicht übertreibe ich es auch, aber ich finde es so ein bisschen unwürdig. So ein bisschen arg kalt. Passt zum VfB irgendwie, passt zur Art und Weise, gerade im Verein, wie es auf einen wirkt. Ich meine, selbst Wimmer hatte so ein eigenes, auch wenn es nirgends groß irgendwie verbreitet wurde, aber auf der Webseite hat er auch ein eigenes Statement bekommen von wegen verlassenen Vereinen und so weiter. Und hier einfach Labbadia quasi in einem Halbsatz abgewatscht. Finde ich ein bisschen fraglich, aber am Ende des Tages auch nicht so wichtig. In den Gerüchten waren viele Trainer. Wir haben es ja auch alle hier schon mal besprochen in den letzten Videos. Aber jetzt wurde es einer, der aktuell nicht so aktiv in den Gerüchten genannt wurde. Also ist schon ein Name, den wir kennen. Der wurde ja eher fast aktiv bei uns in den Gerüchten genannt, ne? Aus der Gerüchteküche, so ist es ja nicht. Damals kam er auch nicht. Ich glaube, rund um Materazzo-Entlassung waren Gerüchte, rund um Wimmerhaus waren Gerüchte. Jetzt ist er da, Sebastian Hoeneß, der Ex-Trainer von der TSG Hoffenheim. Heißt also jetzt auch, stand jetzt, außer es ändert sich da noch was. Letzter Spieltag, VfB gegen Hoffenheim. Heißt dann auch, letzter Spieltag ist Ex-Hoffenheim-Trainer gegen Ex-VfB. Alter, das wird ja ein richtig wildes Duell, da habe ich gar nicht dran gedacht. Letzter Spieltag, Materazzo mit Hoffenheim gegen Sebastian Hoeneß mit Stuttgart. Das ist ja so der Geschichten, wie sie der Fußball schreibt. Und dann steigen beide ab. Trainer ist auch wieder vogelwild und Rekord ist aufgestellt. Es wird damit am Mittwoch im Pokal, im vierten Pokalspiel in dieser Saison, auch der vierte verschiedene Trainer auf der Bank Platz sehen bei uns. Auch so ein Ding. VfB-Alleinstellungsmerkmal, ob man sich sowas hat erarbeiten müssen, weiß ich jetzt nicht unbedingt. Ist debattierbar, aber ist ein Rekord. Nun zu Hoeneß, auf den ersten Blick bin ich da wirklich weder zu noch abgeneigt, muss ich sagen. Also, hat beim VfB in der Jugend gespielt, wurde auch im Set noch mal rausgehoben, U17-Meistertitel zum Beispiel. Wenn Hoeneß mit denen absteigt, ist der doch schon beschädigt, wie bei Schalke letztes Jahr mit deren Trainer. Wobei ich schon nochmal einen Unterschied machen würde, no disrespect an Gramotzes, aber ich würde schon mal einen deutlichen Unterschied machen zwischen Gramotzes, wenn du mit dem absteigst und Sebastian Hoeneß. Ich weiß nicht, kommt auch auf die Art und Weise natürlich immer an. Aber ich würde Sebastian Hoeneß schon auch eher, vielleicht auch einfach, weil wir ihn von Hertha kennen und da die Sympathien haben, oder ich ihn von Hertha kenne und da die Sympathien habe, aber ich würde ihn schon eher, auch bei Hertha hätte ich den eher so als Langzeitprojekt gesehen. Und wahrscheinlich hätte er den Vertrag sonst dort auch nicht unterschrieben, weil die Lage ist nicht so dolle und er will sich wahrscheinlich auch nicht nachsagen lassen. Toll, jetzt bist du abgestiegen und fliegst wieder raus. Gerade weil beim VfB so viele Trainerentlassungen in letzter Zeit waren. Ja, hey, lass die mir in Ruhe. Ja, ich finde einfach von außen betrachtet, finde ich den jetzt, finde ich dann Sebastian Hoeneß schon ein bisschen besser. Wobei, andersrum, der hatte halt auch ein viel besseres Team. Ich meine, bei Darmstadt war ja Gramotzes jetzt auch nicht so schlecht. Aber, ja, ich bin eigentlich auch kein Fan davon, abzusteigen und dann mit dem gleichen Trainer weiterzumachen. Es sei denn halt, du hast diesen langfristigen Plan. Ich meine, mit Streich in Freiburg hat es ja mega gut geklappt. Aber da ist halt auch ein anderes Umfeld. Also, wenn Freiburg absteigt, ist der Druck trotzdem anderer, als wenn Stuttgart absteigt ein zweites Mal. Ich finde aber auch, Hoeneß ist ein anderes Kaliber als Gramotzes. Also, da muss man schon dranbleiben. Daniel schreibt, ich frage mich, warum Bruno keinen Erfolg mehr hat und woran das liegt, ist doch eigentlich ein cooler Trainer, ja. Vielleicht liegt es doch beim VfB dann tiefer im Kader, ja. Also, die Einzelspieler sind nicht schlecht, aber zu wenig abschlussstarke Spieler. Silas nicht in Topform, der denen ja dadurch auch immer viel gebracht hat. Sosa nicht gerade in Topform. Ich weiß es auch nicht. Ich meine, die haben, wie gesagt, die haben Expected Points, Expected Goals überall underperformt. Wenn ihr euch die Zusammenfassung Union gegen Stuttgart anguckt, das Spiel kann komplett anders verlaufen. Da ist das Glück gerade nicht auf der Seite. Und wir aus Hertersicht müssen ja darauf hoffen, dass es auch mit Hoeneß nicht anders wird. 90. Dein Trainer gewesen im Jugendbereich bei RB. Ist ja grundsätzlich auch einfach keine schlechte Schule, die RB-Schule. Mit der US-17 ein Punkteschnitt von 2,27 pro Spiel. Mit Bayern München U19 etwa zwei Punkte pro Spiel. Ist ja auch diese Juve liegt noch dabei. Und dann eben bei Bayern 2 gewesen und dort sogar halt in der dritten Liga die Meisterschaft geholt. Auch einfach wirklich ein Statement, sehr stark. Jugendarbeit ist also, kann man schon sagen, ist ein Haken dran. Das scheint er zu können, definitiv. Dann ging es im August 2020 zu TSG Hoffenheim. Bundesliga erste und bisher auch einzige Station vor dem VfB jetzt eben. Und wurde da entlassen nach der Saison 2001. 2021-22 auf Platz 9, was man so gehört hat, weil das Ziel europäische Qualifikation verpasst wurde. Wenn man gerade guckt, wo auch Hoffenheim gerade hängt, wie es seitdem auch bei Hoffenheim lief. Auch so krass. Hat nicht Haraguchi sogar noch ein Eigentor gegen Union gemacht? Egal, was Union macht, die machen es richtig. Bei Union spielt Haraguchi. Also nichts gegen Haraguchi, aber ihr kennt Haraguchi noch. Haraguchi spielt auf einmal wie, keine Ahnung, Max Kruse. Dann wechselt er zu Stuttgart und kriegt gar nichts mehr auf die Kette. War das ein Eigentor von Haraguchi gegen Union? Auf jeden Fall ist er da blöd hinterhergelaufen. Vielleicht Ziel ein bisschen arg hochgesteckt. Und so schlecht war es auch gar nicht. Ich kann mich da auch an viel Verletzungspech erinnern bei Hoffenheim gerade. Vielleicht war es auch vor allem nur diese Rückrunde, glaube ich. 2021 dann 1,42 Punkte und Summe, also pro Spiel im Schnitt auch ordentlich. Also an und für sich ist das ordentlich, liest sich das okay. Bevorzugte Formationen. Ich war schon ein bisschen überrascht, als Hoffenheim den letztes Jahr gefeuert hat. Vielleicht bereuen sie es im Nachhinein auch, keine Ahnung. Die Saison verläuft ja auch nicht so, wie sie es wollen, mit dem Kader. Aber ich war schon ein bisschen, er hat natürlich nicht überperformt, aber ich dachte auch, dass es da ein langzeitiges Projekt wird und das eben wenigstens mal dann noch ein Jahr geben. Ich meine, zwei Jahre war er da. War schon ein bisschen überrascht. Mark.de passt auch. 3, 4, 1, 2 oder halt einfach generell, ist ja egal welche Art, aber der Mann spielt Dreierkette. Das klingt so, als würde es zu unserem Kader passen. Schon mal in erster Linie. Hat für mich auch alles so ein bisschen Matarazzo-Vibes. Vielleicht gibt, vielleicht habe nur ich das Gefühl, aber so ein bisschen Matarazzo-Vibes hat das, weil du hast natürlich die Hoffenheim-Parallele, du hast die Dreierkette-Parallele, du hast eigentlich eine ganz ordentliche Leistung, aber auch oft irgendwie sich nicht belohnt in Spielen und dann eben auch Verletzungspech, dies, das. So ein paar Parallelen gibt es zu Matarazzo. Und nun geht es zu uns in Abstiegskampf. Er hat Bock, er freut sich riesig auf die Herausforderungen vom VfB. Er hat auch so in seinem Statement eine große emotionale Verbindung zu uns. Ich bin mal gespannt, wie gut der, wie was. Ich finde auch Matarazzo-Vibes. Er ist eigentlich ein Trainer, der auch über Taktik kommt und vielleicht auch gut, ich meine, so schlecht ist der Kader von Stuttgart ja nicht fußballerisch. Ich bin gespannt, ob er ein Trainer ist für einen Abstiegskampf. Aber bei Matarazzo scheint er ja auch die Kurve zu kriegen, obwohl ich es da nicht zwangsläufig gedacht hätte. Er ist schon in seiner Jugend Fan gewesen, des Vereins. Wie gesagt, auch in der Jugend spielt beim VfB dann. Ja, und irgendwie untypisch für so ein Statement auf der Webseite gibt es dann quasi zum Schluss von seinem Statement noch einen Drei-Punkte-Plan direkt quasi. Wirklich auch Statement ganz normal. Wir haben ja auch schon gehört von Felix, dass Labbadia halt sich auch keine Freude gemacht hat mit dem System, dass er dann immer mit gelernten Innenverteidiger Anton auf der Außenverteidiger-Position gespielt hat. Keine Ahnung, vielleicht kriegt er auch einen Wagnoman hin. Ich hoffe es natürlich nicht. Hier und da und dann einfach wirklich eins, zwei. Ja, was wir anders machen. Das Einzige, was jetzt mit ihm anders laufen könnte, wäre eben eine Systemumstellung, wäre vielleicht mit dem Wagnoman zu spielen und wäre, wenn Gerasi wiederkommt, dass sie die Chancen, die sie ja eigentlich haben, dann auch mal nutzen. Was wir natürlich nicht hoffen. Drei, wirklich so mit Punkten halt drin. Irgendwie auch ein bisschen untypisch, aber kurz runtergefasst, runter, runter zusammengefasst. Ziel eins, Nürnberg schlagen im Pokal. Ziel zwei, Klasse halten. Und dann Ausrichtung im Sommer, sich zusammensetzen, Zukunftsplan, Zukunftsorientierung, dies, das. Also wie gesagt, auf ersten Blick bin ich echt weder zugeneigt noch abgeneigt. Ich weiß noch nicht so ganz, was ich damit anfangen soll. Eigentlich wäre es böse, aber wäre es für uns gut, wenn die gegen Nürnberg rausfliegen im Pokal, ganz ehrlich. Ich glaube zwar nicht, aber das würde schon mal einen krassen negativen Weib bringen, auch wenn er erst zwei Tage da ist und dann noch das Spiel in Bochum. Einfach wird es da auch nicht. Okay. Es hätte uns auf jeden Fall schlechter treffen können, wenn man so den Trainermarkt anguckt. Das ist klar. Glaubst du, die verlieren ein Pokalspiel? Gar nicht ein Shooter? Also, dann brennt es, glaube ich, in Stuttgart. Alter, da erwartet jeder einen Sieg. Ich meine, Nürnberg ist jetzt auch nicht in Topform. Gut, jetzt ist es mit Hacking wieder ein bisschen besser geworden, aber alles andere als ein Sieg, wäre da absolut, würde nicht dazu beitragen, für eine gute Stimmung oder Trainereffekt. Was noch hätte besser treffen können? Bei Stuttgart ist die Führungsetage das Problem, das würde ich von außen, ich beschäftige mich jetzt nicht jeden Tag mit dem VfB, aber auch langsamer so sagen. Weder zugeneigt noch abgeneigt. Ich weiß noch nicht so ganz, was ich damit anfangen soll. Ich denke, es hätte uns auf jeden Fall schlechter treffen können, wenn man so den Trainermarkt anguckt, das ist klar. Ob es uns noch hätte besser treffen können, ist dann eh die große Frage. Du wirst erst bewerten können, wenn er ein paar Spiele gemacht hat und wenn dann das Ergebnis mehr oder weniger raus ist, ja, aus der Traineranstellung von Sebastian Hoeneß. Aber auf der freien Trainermarkt, wie gesagt, ist ja wirklich echt nicht so der Wahnsinn. Ich meine, Nürnberg hat auch nichts zu verlieren in dem Spiel, muss man auch dazu sagen. Ich habe irgendwie gerade keinen sehen, wo ich auf Anhieb sagen würde, ja, der ist sicherlich besser als Hoeneß. Vielleicht in Gedanken jemanden immer lieber hätte dies, das, aber sicherlich besser als er. Auch schwierig ist es zu bewerten gerade. Der Mann hat sicherlich was auf dem Kasten, Jugendbereich, bei Hoffenheim war es auch am Ende okay. Die Zeit bei den Bayern, auch Bayern 2, der Meistertitel. Aufstellung und Spielstil könnten zum Kader passen, definitiv. Also geben wir ihm eine Chance. Ich meine, was anderes bleibt uns eh nicht übrig, ist ja auch klar. Klassenhalt ist und bleibt eine Riesenaufgabe für ihn. Das wäre schon sehr, sehr stark, wenn er es mit uns noch schaffen würde. Auch in der Fanbase, so gerade mal Twitter und so Geschichten, ist das Gefühl zu ihm, glaube ich, gemischt, aber leicht positiv. Also nicht leicht positiver behaftet als negativer behaftet. Vertrag wieder zwei Jahre, also bis zur 25. Ich denke aber hier, anders als vielleicht bei Labbadia, weiß ich aber auch nicht sicher, wie es bei Labbadia ausgesehen hätte. Ich meine, wir sehen es jetzt, er wurde entlassen, aber hätten wir es darauf ankommen lassen. Hier wäre ich mir aber auf jeden Fall sicherer bei Hoeneß, dass er das, glaube ich, auch, ja, dass er auch absteigen dürfte. Sagen wir es mal einfach mal. Also Kika hat es ja jetzt so berichtet, ne? So runtergesagt, dass er auch absteigen dürfte. Junger Trainer, ist der Drei-Punkte-Plan, ist direkt schon so zum Anfang als Statement reingeballert. Vertrag ist, glaube ich, auch ligaunabhängig. Ja, ich glaube, der dürfte auch mit absteigen und könnte dann so. Wobei es auch dann, wenn der Vertrag ligaunabhängig ist, heißt es ja nichts. Wenn die jetzt alle Spiele verlieren gegen die direkten Konkurrenten, auch mit Hoeneß, dann werden sie vielleicht trotzdem noch mal überlegen, ob sie es machen. Seinen Vertrag auch, ja, ausfüllen einfach bis zur 25, auch wenn es vielleicht eine Zwei-Liga-Mitte. Ich bin echt gespannt, ob Hertha bis Ende mit Sandro geht. Ich würde kein Szenario wissen, also gegen Leipzig zu verlieren, nachdem man jetzt 1-1 gespielt hat. In welchem Szenario würden die jetzt noch mal, und vor allem, wann willst du das machen? Wenn du jetzt gegen Leipzig verlierst, werden sie es nicht machen, vor Schalke wahrscheinlich. Wenn du dann gegen Leipzig und Schalke verlierst, dann haben wir welchen Spieltag? 27, 28, das ist der 29. Spieltag. Was willst du denn da noch machen? Das hätte schon ein miese Werder-Bremen-Vibes damals mit Schaf. drin ist, mal gucken, was passiert. Wir hoffen natürlich nicht, dass es so weit kommt und hoffen, dass das hier auf jeden Fall funktioniert. Und eben, ja, der hoffte neue Trainer-Effekt eintrifft, irgendein Puls gesetzt wird, irgendwas hier passiert, dass wir eben drinbleiben in der Liga. Wer ist denn uns? Gar ein Shooter? Direkt nicht wirklich easy für ihn, muss man auch mal sagen. Hat jetzt noch anderthalb Tage so geführt, dann geht es gegen Nürnberg im Pokal, was eine absolute Pflichtaufgabe ist für den Bundesligisten. Da brauchen wir, glaube ich, nicht drüber zu reden. Und dann hast du direkt am Wochenende, am Sonntag, direkt einen absoluten Pflichtsieg. Das ist ein absoluter Pflichtsieg in Bochum. Du musst da gewinnen. Jetzt auch schon durch den Hoffenheim-Sieg. Da war er gestern noch nicht mit drin in meinen Stichpunkten in dem Video. Da war er quasi während... Oh, St. Pauli, Alter. St. Pauli neun Spiele in Folge gewonnen. Das wäre so wild, wenn St. Pauli einfach HSV noch wegkickt. Aber da müsste schon sehr viel zusammenkommen. Also so eine Serie hält ja eigentlich auch nicht ewig an. Aber das ist schon sehr, sehr wild. Aufnahme von mir. Und dann gewinnt auf einmal Hoffenheim in Bremen. Auch super. Absoluter Pflichtsieg in Bochum. Absoluter Pflichtsieg in Bochum. Da musst du punkten. Da musst du gewinnen eigentlich sogar. Stand jetzt wirkt es eh so, als würde es mehr oder minder gefühlt nur um die Relegation gehen. Wenn du auch in Bochum gewinnst, hast du wieder Punkte gesammelt, bist du dann näher dran. Aber wenn du in Bochum nicht gewinnst, ist glaube ich das einzige Rest, die noch Relegationen. Also es wird auf jeden Fall direkt ein harter Brocken für Hoeneß. Lasst mir gerne eure Meinung in den Kommentaren zu ihm da. Wir unterstützen unsere Jungs natürlich weiter. Ganz klare Geschichte. Wie gesagt, Mittwochpokal in Nürnberg. Bin auch vor Ort. Viele VfB-Fans sind vor Ort. Ich habe Bock auf das Ding. Auf den Pokalabend in Nürnberg. Lasst mir gerne ein kostenloses Like und ein kostenloses Abo da, falls ihr noch nicht getan habt. Danke fürs Zuschauen. Jo, danke fürs Video, mein Lieber. Like ist da. Ich schmeiße euch den Link mal rein. Jetzt gucken wir gleich noch Mappys Meinung dazu an. Dann gucken wir uns mal Mappys Meinung zum Trainerwechsel an. Ich schätze ja Stuttgart immer viel zu gut ein. Mal gucken, wie er das so sieht. Let's go. Willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Heute gibt es mal wieder eine weitere Ausgabe der Hertha BSC News. Es gibt einiges rund, um Hertha BSC zu besprechen. Zum einen möchte ich ein bisschen mal außerhalb von Hertha BSC nachschauen und kurz über den VfB Stuttgart sprechen. Denn beim VfB Stuttgart gab es einen Trainerwechsel. Brun Labbadia wurde entlassen und es wurde auch schon bereits der neue Trainer vorgestellt. Das heißt, darüber möchte ich ein bisschen sprechen. Und danach möchte ich über Stefan Jovetic sprechen. Denn es deutet sich wohl an, dass Stefan Jovetic Hertha BSC am Ende der Saison verlassen wird. Ich würde sagen, verlieren wir nicht so viel Zeit. Da sprechen wir erstmal über die erstgenannte Thematik und zwar über Brun Labbadia. Denn Brun Labbadia wurde nach der... Kei Tsche Berlin hat heute Abend auch ein Video über das Labbadia ausgemacht. Also sorry. Bei aller Liebe, so wie ich die Jungs feier. Aber was ist Kei Tsche Berlin gegen Mepi? Das ist wie... Wie waren diese Lines von Kollegah? Das ist wie... Mepi gegen Kei Tsche Berlin ist wie SL gegen A-Klasse, Magnum gegen Gasknarre und so weiter und so fort. Die Niederlage gegen Union Berlin, das war ja dieses 13-0 entlassen. Und ich sag ganz im Ernst, es hat sich angedeutet. Erstmal muss ich dazu sagen, ich bin nur Außenstehender. Ich hab nicht wirklich Einblicke beim VfB Stuttgart. Ich beschäftige mich auch nicht so krass mit dem VfB. Ich beschäftige mich ja eher mit Hertha BSC. Das heißt, ich hab jetzt auch nicht jedes Spiel gesehen und kann jetzt seine perfekte Bewertung abgeben. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es hat sich doch wohl angedeutet. Unter Brun Labbadia liefst die letzten 5 Spiele echt nicht so gut. Die letzten 5 Spiele hat man insgesamt nur einen Punkt geholt. Und ja, was soll ich sagen? Viele Niederlagen vom VfB Stuttgart, das gebe ich zu, sind wirklich unglücklich. Also Stuttgart verliert extrem oft mit 1 zu 2, 2 zu 3. Und mit vielen eigenen vergebenen Chancen. Oder 1 zu 0. Extrem eng sind die Spiele. Die Chancenverwertung von Stuttgart ist seit Wochen und Monaten einfach eine riesige Katastrophe. Und offensiv ist man einfach nicht konsequent genug und defensiv viel zu nachlässig in der Verteidigung. Aber Labbadia war, glaube ich, einfach wirklich nicht die richtige Wahl für den VfB Stuttgart. Also für uns ist es jetzt gut, dass der VfB Stuttgart so weit unten steht. Aber Labbadia war doch irgendwie auch ein Scheitern auf Ansage. Der Kader vom VfB Stuttgart ist wirklich auf eine Fünferkette zugeschnitten. Ich weiß, Jason. Ich ignoriere es einfach weg. Sieben Außenverteidiger, viele Innenverteidiger, dann auch ein Stürmer, der, ich sage mal, vorne drin echt die Buhnen machen kann, zum Beispiel dieser Jirassi. Aber Labbadia hat auf das 4-3-3 gesetzt. Das heißt mit Flügelspielern. Und man hat eigentlich gesehen, ja, das klappt nicht ganz so gut. Ich gebe ganz ehrlich zu, ich hatte eigentlich gedacht, dass Labbadia das packen wird, aber die Aufgabe... Ich dachte, das ist auch safe. Ich habe in der Winterpause immer gesagt, ja, jetzt, wo Labbadia da ist, wird es laufen. Hätte auch nicht gedacht, dass es so verläuft. Also es läuft ja bloß rückwärts und bergab. War für ihn einfach zu groß. Und da er ja schon da einmal Trainer war, glaube ich, war auch der Druck nochmal etwas anders. Ja, ich glaube, mit Sebastian Hoeneß hat man jetzt aber einen Kandidaten gefunden, der echt gut zum VfB passen könnte. Ich glaube, wenn einige Leute von euch schon meine Videos etwas länger verfolgen, die wissen vielleicht sogar, dass ich etwas von Sebastian Hoeneß geschwärmt habe und dass ich ihn auch hätte bei uns gerne gesehen. Na gut, wir haben jetzt Sano Schwarz. Er wächst zum VfB Stuttgart und unterschreibt dort sogar einen Liga-unabhängigen Vertrag. Das heißt, auch die Verantwortlichen rechnen damit, dass es möglicherweise in die zweite Liga geht. Ich glaube, es ist zu spät für den VfB Stuttgart. Wir haben jetzt noch acht Spieltage und Stuttgart ist jetzt schon fünf Punkte von Platz 15 entfernt. Ich glaube, für die geht es sowieso maximal noch um Platz 16. Ja, komm. Wir sind drei Punkte entfernt. Ich bin völlig verwirrt. Wir sind drei Punkte entfernt. Hoffenheim hat jetzt, ach, das ist alles so eng. Hoffenheim hat jetzt 25, wir haben 22. Ja. Ja, gut. Aber das kann ja im nächsten Spieltag schon wieder komplett anders aussehen. Oh Gott, das will der. Bis dann noch reicht, ist halt eben die Frage. Aber Labbadia. Aber klar, ich sehe es so, wie Felix gesagt hat. Wenn Stuttgart in Bochum nicht gewinnt, dann kann es nur noch um die Relegation gehen. Und wenn Bochum sogar gewinnen sollte, tja, dann weiß ich auch nicht. Ist gescheitert beim VfB Stuttgart. Er hat nur sechs Punkte in elf Spielen geholt und das ist keine gute Bilanz. Und das hat sich auch schon längeres angedeutet. Auch wenn ich sagen muss, wie gesagt, ich habe es schon vorhin betont, dass einige Niederlagen vom VfB etwas ungewöhnlich waren. Ich hoffe jetzt einfach, ja, was hoffe ich eigentlich? Ich hoffe eigentlich, dass es vom VfB Stuttgart... Weiß ich auch nicht. Was hoffst du denn? Ich weiß nicht, wenn es nach oben geht, denn wir sind ja mitten im Abstiegskampf. Wir haben zwei Punkte mehr als Stuttgart. Sandro Schwarz ist immer noch weit in unserer Träne. Und Stuttgart hat immer noch die bessere Tordifferenz. Also eigentlich haben wir nur einen Punkt besser als Stuttgart. Und ich kann mir vorstellen, dass das nochmal eng werden könnte. Je nachdem, wie Sebastian Hoeneß jetzt mit seinem Trainer-Effekt die Stuttgarter verändern kann. Ob er mehr Zeit braucht, denn ich glaube... Ich hoffe, der Trainer-Effekt fällt so aus wie Labbadia oder auch Materazzo am Anfang. Sebastian Hoeneß ist ein Trainer, der extrem viel Zeit gebraucht hat. Auch bei Hoffenheim hat es ja so richtig erst im zweiten Jahr geklappt, als er da trainiert hat. Das heißt, ich könnte mir sogar vorstellen, dass es für Stuttgart einfach zu spät war, den Trainer zu wechseln. Dass jetzt diese acht Spiele nicht mehr ganz ausreichen und dass man sich lang... Wann haben wir letztes Jahr Magath geholt? Der hatte auch acht Spiele, ne? Oder hatte er acht Spiele inklusive Relegation? Ne, acht Spiele hatte er generell, oder? Ja, noch haben sie ja die direkten Duell. Wenn sie Samstag anfangen, wird es schwierig. Aber sicher auf Liga 2 vorbereiten sollte. Wobei, ich sage mal lieber gar nichts aus meiner Position heraus. Wir stehen auf Platz 16. Also ich glaube, wir sollten lieber die Backen halten, was das angeht. Richtig. Wir kommen relativ noch gut mit unserem Trainer durch. Wir müssen aber eben auch sagen, dass wir eben auch liefern müssen. Wir haben jetzt noch drei direkte Duelle vor uns. Gegen Schalke spielen wir noch, gegen Stuttgart und gegen Bochum. Dieses Spiel härter gegen Stuttgart, das ist ein Heimspiel zu unserer Seite. Das müssen wir gewinnen. Und ich glaube, da machen wir das Community-Treffen. Dieses Spiel wird doch für den VfB Stuttgart das Endspiel. Und das müssen wir für uns entscheiden. So viel steht fest. Ja, Bruder Labbadia war ja auch unser Ex-Trainer. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde auch, bei uns hat er keine gute Arbeit gemacht. Bei uns ist er auch so gefühlt an seiner eigenen Sturheit gescheitert. So, wir hatten keine Stabilität im Team und das hat man noch so ein bisschen beim VfB Stuttgart gesehen. Wie gesagt, ich kenne mich beim VfB nicht so ganz aus. Ich möchte jetzt auch kein richtiges Fazit von außerhalb fällen. Aber ich finde es bloß interessant. Stuttgart, bloß kein Risiko. Kleine Flexibilität in der Taktik. Stur dieses 4-3-3. Stur zum Beispiel. Anton auf rechts getan, obwohl er eigentlich eher... Das war so einer der wirklichen Fehler, was ja auch immer die VfB-Fans so richtig moniert haben. Die Verteidiger ist, soweit ich das beobachten könnte. Und ja, man muss sagen, Labbadia passt einfach nicht zu diesen Stuttgartern. Und vor allen Dingen, da er da ja schon mal war, war es einfach nochmal eine andere Situation für ihn. Er ist jetzt weg. Ich weiß gar nicht, ob das so viel ausmacht, dass du schon mal bei einem Klub warst. Wir haben es ja auch mit Paar gesehen, dass es klappen kann. Ich weiß jetzt nicht, ob das so der Faktor ist. Hönes ist jetzt da. Aber eigentlich ist es ja, wäre es ja jetzt krass, Labbadia meinte ja, wenn es einer schafft, dann ja wohl ich, wenn die jetzt mit Hönes absteigen. Gucken, ich bete das Stuttgart weiter und bleib, liebe Stuttgarter, nehmt mir das nicht übel. Aber ich möchte lieber selber die Klasse halten, bevor ich euch viel Glück wünsche. Es geht mir ähnlich. Es wird hart zu sehen. Vielleicht kämpft sich auch der Stuttgarter Karl nochmal zurück. Ich glaube, die haben jetzt ein Duell gegen Bochum. Und das wird auch nochmal recht wichtig. Wir können uns, wie gesagt, eben aber auch nochmal selber gegen Stuttgart durchsetzen. Es wird extrem wichtig für uns. Aber es ist noch alles drin für uns. Ich glaube dran. So, sprechen wir über die zweite Thematik des Tages. Und zwar geht es um Stefan Jovetic. Ich habe ja bereits schon anfangs gesagt, dass Stefan Jovetic möglicherweise Hertha BSC verlassen könnte. Und... Ey, ich will gar nicht wissen, was Jovetic verdient, ne? Bobic scheint ja diesen Sparkurs nicht ganz so ernst genommen zu haben. Der kam von Monaco, wo er keine Steuern zahlen musste. Gut, der wird jetzt nicht mehr die Mega-Angebote gehabt haben. Aber... Also was sagt ihr? Bestimmt verdient der drei Millionen. Als ob der unter drei Millionen gekommen wäre, oder? Auch wenn er alt und verletzungsanfällig schon war. Und wahrscheinlich noch eine schöne... Weil der war ja ablösefrei. Wahrscheinlich noch ein schönes Handgeld. Der wird bestimmt ein richtig fettes Gehalt haben. Das berichtet auch die Bild. Bild und Bundesliga. Ja, Mann. Zagadou ist momentan wirklich auch richtig schwach, muss ich auch sagen. Muss ich auch sagen. Äh, fand es eigentlich voll krass, dass Zagadou zu Stuttgart gegangen ist, wenn ich ehrlich bin. 2,1 glaube ich nicht, dass der so wenig verdient. Ich glaube auch safe mehr als zwei Millionen. Als ob der keine Angebote auch so aus diesen Ligen hatte, wo er noch mal richtig abgecashed hätte. Ich weiß nicht. Latest berichtet, dass Stefan Jotic wohl im Sommer ablösefrei wechseln wird. Sein Vertrag läuft im Jahr 2023 aus. Das heißt, in diesem Jahr. Und dieser Vertrag wäre eigentlich verlängert worden, wenn eine gewisse Kause erfüllt werden würde. Diese Kause sagt... Kause! Stefan Jotics Vertrag um ein Jahr verlängert wird, wenn er bei mindestens 60% der Spiele mindestens 45 Minuten gespielt hätte. Das heißt, er hätte eine lange Zeit der Spiele spielen müssen und dann auch noch zum Beispiel ab und zu von Anfang an. Und das tut er nicht. Er hat jetzt in 26 möglichen Spielen 12 Mal gespielt. Und Grund dafür ist einfach diese riesige Verletzung. Es ist ja unfassbar. Jotics war schon wieder verletzt am Wochenende. Also wirklich. Der ist ja alle paar Spiele verletzt. Wenn man mal hier auf seine Statistiken schaut, dann ist das echt interessant zu sehen. Es ist hier mehr Rot als Weiß. Und Rot bedeutet in diesem Fall verletzt. Er war zwischenzeitlich zwischen den 13. und dem 21. Spieltag. Wie viele Spiele von seiner Nationalmannschaft hat er eigentlich verpasst? Das könnte man auch mal gerne dagegen überstellen. Verletzt hat er dort eine Muskelzerrung. Ja, dann war er jetzt wieder das Wochenende verletzt. Dann war er... Laut Internet verdient Jotics 1,3 Millionen glaube ich never. Anfang der Saison zwischen dem 5. und 6. Spieltag verletzt, weil er da auch auf Länderspielreisen war. Also es ist extrem krass. Jotics ist und bleibt ein verletzungsanfälliger Spieler. Trotzdem, Jotics ist ein riesiger, riesiger, genialer Techniker. Ich will sowas immer nicht unterstellen, aber ich schwöre dir oder euch, ich kenne Leute, die wirklich eng waren, auch mit Profifußballern. Ich will sowas nicht unterstellen, weil es wäre eine böse Unterstellung, aber es ist schon komisch, dass man zu jedem Länderspiel komischerweise fit ist und immer verletzt zurückkommt. Also das kann natürlich ein blöder Zufall sein, aber das ist... Es gibt Spieler, muss jetzt bei ihm nicht der Fall sein, die einfach nochmal abcashen wollen und sagen, ich habe gar keinen Bock, jedes Spiel zu spielen. Gar keinen Bock. Ich finde, in der letzten Saison war er mit Belfodil Da zwickt es halt mal wieder. Einzige, der offensiv etwas gerissen hat, der dort extrem wichtig war. Ich finde, Jotics hat auch in der Relegation nochmal einen entscheidenden Beitrag geleistet und jetzt hier in dieser Saison... Dabei würde er uns so helfen eigentlich, fußballerisch. Ich mache Jotics eigentlich auch, wenn er spielt, einen guten Job. Er hat mir jetzt zuletzt gefallen. Ich glaube, das war gegen Hoffenheim, wo er ein Tor erzielt hat, wo er der Einzige war, der offensiv irgendwas gerissen hat. Er hat auch schon ein Tor gegen Leipzig erzielt. An sich glaube ich, dass wenn er verletzungsfrei sein würde, dass er hier ein viel, viel wichtiger Spieler wäre. Aber er ist nicht verletzungsfrei. Ich hoffe trotzdem, dass er uns im Endspurt helfen kann. Es sieht wohl so aus, als wären wir Jotics am Ende der Saison verlieren. Ganz ehrlich, in der zweiten Liga würden wir ihn sowieso nicht halten können. Das Gehalt ist dafür einfach zu gigantisch und ich denke, Jotics hat auch andere Ambitionen. Aber ein Spieler mit 33 Jahren... Vorhin hat sich einer reingeschrieben, wenn er so wenig verdienen würde, wie irgendwie 1,3 Millionen oder so, dann wäre der safe sowas auch wie MLS gegangen oder so. Die feiern doch auch so eine Spieler, die in allen möglichen europäischen Ligen waren. Verlieren ist in diesem Fall echt nicht schlimm. Wobei ich sagen muss, dass mir seine geniale Taktik und eigentlich auch seine Gedankenblitze echt fehlen. Ich finde, in dieser Saison hat er schon abgebaut im Gegensatz zur letzten Saison, aber dass er halt echt nicht verletzungsfrei bleiben kann, ist halt super, super bitter. Ich glaube, er würde uns echt gut tun, würde er einfach mal so ein paar Wochen, in der wenigsten mal so zwei, drei... Wie viele Wochen war der überhaupt mal hintereinander fit? Das könnte man ja auch mal nachgucken. Wie viele Spiele er mal hinter... Was war das Maximum an Spielen, das er hintereinander gemacht hat? Er war safe noch in der ersten Saison, da war es ja noch nicht ganz so schlimm wie jetzt, aber es ist schon sehr krass. ...sich nicht verletzen, aber es geht der Hitschum ja los, denn ich glaube, Jovtych zum Beispiel in diesem momentanen System, in dieser 3er-5er-Kette einfach mal auf die 8 zu tun, ey, das wäre genial und das würde so gut funktionieren. Er wollte halt unbedingt in die Bundesliga. Ich glaube nicht, dass die Bundesliga so ein krasses Ansehen hat, wie manche denken im Ausland. Also, ich glaube schon, dass Ligen wie Italien, Spanien, England da schon nochmal, auch wenn wir auch natürlich zu den Top-4-Ligen gehören, aber ich glaube nicht, dass die Bundesliga so ein krasses Ansehen hat, wie viele denken. Wobei, ich das schon gehört habe bei vielen Osteuropäern, dass sie auch immer viel Bundesliga in der, also sagen sie zumindest immer in den Interviews in der Kindheit geguckt haben. Naja, gut. Es ist halt eben so, wie es ist und dem sollte man nicht hinterher trauern. Von daher danke für den Einsatz. Lokutus, grüß dich erstmal. Du sagst nicht mehr als drei oder vier Spiele hintereinander gemacht, auch nicht in der ersten Saison, meinst du? Wenn wir so enden, ich denke mal, es hängt sowieso vieles vom Klasse. Mal nachgucken. hier vier, aber auch nicht immer volle Zeit. Vier, vier, so, die Saison davor. Drei, eins, zwei, vier, hier. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Sechs Spiele war das Maximum. Sonst meistens vier. Das ist schon, also gut, man muss auch ehrlicherweise dazu sagen, er hat seine gesamte Karriere immer Probleme, immer Probleme gehabt, immer. Das muss man schon ehrlicherweise dazu sagen. Wie gut könnte er da sein, wenn Jove immer fit wäre, Jukke fit wäre, ein Sona fit wäre, Serdar sein Potenzial abrufen könnte und Hertha Ecken verwerten und verteidigen könnte, ja, könnte, hätte, wäre, wenn und aber, Fußball ist kein Spiel, der Konjunktive. Aber ja, eigentlich, ja, eigentlich, ja. Ey, es würde ja schon reichen, wenn wir Ecken verwerten könnten. Das würde ja schon reichen, wobei Hoffenheim, glaube ich, auch so todeschlecht nach Ecken ist, ne? Hoffenheim hat, glaube ich, auch erst ein Tor, aber so schlecht wie wir ist doch wirklich keiner. Da Vertrag nicht verlängert wird, diese Kause hätte ja zum Beispiel diese Option. Zählt man mit seiner Kause? Klöst, dass es um ein Jahr verlängert wird, aber diese Kause kann er ja schon gar nicht mehr erreichen, wenn er jetzt schon wieder verletzt ist. Das heißt, es ist vorbei mit Jovicic und Hertha BSC. Ja, wie gesagt, wir brauchen dann einen Sturmverstärkung. Definitiv. Dann hätten wir da, ja, wenig Spiel, wenn wir bis dahin gucken, was die Leihrückkehrer machen und wie wir uns dort zum Beispiel einnisten können. Also ich bin gespannt, wie wir im Sommer handeln, aber ein anderes Video zur K-Abteilung wird, glaube ich, am Ende dieser Woche. Nächstes Jahr wird alles besser, dachten wir uns letztes Jahr und sind jetzt hier. Das dachte ich auch vorletztes Jahr und vorvorletztes Jahr. Auch noch kaum. So, jetzt zum Abschluss noch ganz kurz eine etwas andere. Es geht nochmal um unsere Jugendabteilung. Ich möchte über zwei Ergebnisse sprechen, einmal über unsere U19. Unsere U19 hat, okay, das brauchen wir uns jetzt nicht angucken, ich bin böse gemeint, aber das habe ich ja schon alles gemacht. Wir haben keine Zeit hier. Abwarten, wir heben uns die Ecken und Tore für die Relegation auf, gerne. Wenn es wirklich wieder so kommt, gerne. Video genie. Und wir haben uns jetzt noch ein paar Jahre zu sehen, Bis zum Abschluss.